Drei neue Skins erwarten die League of Legends Spieler demnächst im Shop. Dabei sind Kopfgeldjäger Akali, Charmeur Galio und Geheimagent Xin Zhao, welche vom Skin-Typ her schon von Kopfgeldjäger Nidalee und Caitlyn, Charmeur Ezreal und Jace, sowie Charmante V und Geheimagente Miss Fortune vertreten sind. Doch schaut euch die neuen Skins einfach selber an. Du solltest versuchen wegzulaufen. Ich möchte das hier genießen. Rock'n'roll. Ich bin doch kein weiches Kieselsteinchen. Ihr solltet mit noch mehr bösen Typen zurückkommen. Steinschlag! Das war's. Findet mir einen unbeweglichen Gegenstand, und ich werde euch darunter begraben. Gebt auf! Ich hab euch bezingelt! Langweilt mich die... Das Schicksal hat entschieden! Achtung! 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 Das ist ein Scheiss! Das ist ein Scheiss! Untertitelung des ZDF, 2020